ja und bei mir auch in dream an schönes alle waren die leute ja juhu okay in die schwarze challenge ich hab erst mal kurz wenn wir alle versuche die wir haben und verkacken die dann nimmt sich ein wasser einmal hier raus wenn wir ein wenn wir alle versuche verkacken da müssen wir uns einfach nur seite als von der dort seite weil wir schaffen dann hat bekommen den ding wir haben bei jedem turm die unterschiedlich hoch sind unterschiedlich unterschiedlich viel versuche und am ende machen im pvp event ja weil sonst das nicht mit dem kopf in kann okay also kletter mal den ding hoch wer hat die glas rausgenommen und gleich müsste ich hier jetzt was alles du bist du weißt du hast in die falsche richtung gegangen bist du musst immer hier wenn du verkackst muss sie immer her laufen ist die strafe und jetzt kommen als nächstes warum hatten warum habe ich dann im kurs dort musst du eigentlich nicht rausnehmen ob egal okay du hast in dir schwer trausten ich kreuz jetzt nicht mit schaffen okay schauen wir mal der richter ich habe keine situation ich habe geschafft die erspürt auf die 1 ok er ist nicht so darf wir haben immer abwechseln ok jetzt geht es um axis aber axel wenn wenn du halt im die noch mal verkackt hat so viel der mensch wenn du halt eine axt bekommt von dir dann ist gut näher vorne hier lang wo ich bin hier wo ich die kommst runter sauber kommt wenn ihr mit eine gute die axel ist gut du bist auf dem falschen turm 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 ja oder axt mit axel und ja also alle haben die axel einfach bekommen wort okay jetzt geht es um die rüstung jetzt mit rüstung ist es wichtig nicole fängt an der scheiß drauf ach egal ja das ist hoch komm ich hast du für habe ich doch ich hab schon vergessen habe ich schon okay jetzt hast du jonas dran wie das sieht so langsam aus wenn du ja einfach hochkletterst ne naja aber was aber den klicken rüstung sein du hast die falsche rüstung rausgenommen ich hab kurz gedacht ich hab verkackt müssen aufnehmen und los ja okay schauen wir mal ich bin da ich mache ich frühstisch nie mehr so war 98 46 ok jetzt geht es um den grauen turm da bekommen wir bringen also ich würde sagen beide sind eigentlich gut also normale feier bringen was im schluss euro also da ist eigentlich beides gut also ich glaube das bringt dich mal so krass ist so okay aber da ist es eigentlich wurscht was welches man kommt ja also ich finde jeder und einsteck feilen ja ein normales deck und nicht von slowest denn immer die bekommt bekommt auch mann ihr seid so faul wenn bei 26 wenn alle ich bin jetzt als nächstes dran oh mein gott von diesem turm aber nicht ich bin nicht dumm komm ich hast du schaffst du schaffst du schaffst du das ist gut was du darfst du seit von der pro seite einfach ausnehmen eigentlich wird es jeder schon egal hier war noch wasser doch ich die normale zu mir schaffst du doch jetzt ich hab's geschafft jetzt gut ich hab verkackt wir haben alle verkackt ne ich weiß aber das ist ja gott im lg deswegen ja und ein entscheidender macht dich kurz und sterblich jeder geht auf eine seite ich bin auf der seite kriegt man noch ein kraftwerk wird aber dass wir Vielen Dank.